Ich bin super angekommen. Das Team und das Staff haben mich mega gut aufgenommen. Der erste Eindruck war super sympathisch. Ich war natürlich, als ich hierher gekommen bin, ein bisschen nervös. Ich habe schon fünf Jahre beim FCB gespielt. Ich fühlte mich früher mega wohl. Und das habe ich wieder gefunden, seit ich hier angekommen bin. Das erste Training hat mir ganz viel Energie gegeben und Lust auf die Saison. Und das Trainerteam ist super. Die Mitmenschen hier drumherum sind super. Und ich freue mich einfach auf die Saison. Man spürt, dass die Leute hier für die FCB brennen. Ich glaube, jetzt ist es erstmal wichtig, einen guten Start zu haben. Wie gesagt, es ist super schön, auf so ein Highlight hinzuarbeiten. Wir haben sehr intensiv gearbeitet und jetzt wollen wir abrufen. Ich glaube, es wird nicht alles perfekt sein. Das ist ganz logisch. Aber natürlich wollen wir direkt unsere Identität auf den Platz bringen. Und jetzt haben wir am Freitag das erste Mal die Chance dazu und freuen uns sehr drauf. Also als ich hierher gekommen bin, habe ich mich direkt verliebt. Blau und Rot sind auch meine Lieblingsfarben tatsächlich. Und das sieht einfach wunderschön aus. Für mich ist es allein für den FCB zu arbeiten ein grosses Privileg. Dass wir jetzt hier im Joggenli spielen dürfen, ist eine grosse Ehre. Weil so ein grosses Stadion gibt es nicht überall in der Schweiz. Das ist das Joggenli. Ich träume davon, seit ich hier spiele. Speziell hier. Das Stadion ist mega schön. Super Rasen. Und ja, wir können uns darauf freuen. Es heißt ja oft auch, dass wir Frauen erstmal nicht im Stadion spielen, halt zu wichtigen Spielen oder so. Aber dass es jetzt so kommt, wie es kommt, ist natürlich umso schöner. Und ich hoffe, dass wir uns auch dann zeigen können und halt auch öfter mal in dem Stadion spielen können. Ich glaube, wir sind eine sehr, sehr ehrgeizige Mannschaft. Wir haben jetzt unter meiner Führung auch so dieses erste Jahr als Erfahrung hinter uns gelassen. Unser Ziel als Team ist besser machen wie letzte Saison. Ich versuche, jedes Spiel zu gewinnen. Und persönlich will ich einfach dem Team weiterhelfen, meine Mentalität reinbringen. Meine Ziele persönlich sind dann halt einfach die Linie hinten sicher zu halten. Meine Präsenz sollte dabei helfen. Natürlich ist es so, dass wir nie stehen bleiben wollen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. So sind wir als Spielerinnen, als Trainerinnen. Und so gehen wir auch die Saison an. Aber es ist eine sehr, sehr lange Saison. Das ist auch klar. Und da denken wir schon auch Schritt für Schritt nach vorne.